das ist noch geil das ist jetzt noch geil das ist gar nicht mehr geil also der Numi kann auch theoretisch zocken hier bei mir hat's den Rechner mit der Frankfurt genommen? ne mein Laptop mein altes ja cool, wir los bei mir, los bei der jetzt, ich find's nicht, ich seh es nicht ne, das klingt doch viel verspäckend na um 10 wollte er da sein, jetzt ist es viertel... der ist schon da ja, ich bin ja online musste grad mücken, weil die Schöpfel wieder im Raum stand der Schöpfel und hat sich hier fast schon mal? naja, soll ne ganz so assi rumrülpsen, wurde mir gesagt ja, das kann ich nur bestätigen, also kann ich nur unterschreiben aber... stichkomme das war ganz schön assi wööö die Schöne Nummer ne, das ist wohl auch der letzten Mal ne, nur bei mir, das scheint nur bei dir zu weg ja, bei Fuls ich wollte, das gibt alle dort, das Bomben ist hier denn hier ist er nur eben noch der Land hier ist frei wenn es mal bitte in Tomat aus Sprengen das hätte sie denn gerne die Waren oder die Waren das ist mir egal mach einfach ein riesiges verdammtes Loch Bödes Ding hast die andere Oda auf? die daneben? bin drin, ne braucht er nix, bin drin alles gut boah hier sitzen sie alle ich geh kaputt scheiße hab ich noch gesehen drin, alle reinkommst rechts hängt wer ne, in dem Gang oder was? ne, die hängt allein in dem Raum, in dem Bootraum ah fuck man so krass, dass ich das nicht gesehen hab weil ich krieg plötzlich 10 Punkte wegen Feind identifizieren und trafst du das vor mir einer sitzt? war ne ganz große Runde krack ey das war ganz schön schlecht von mir ich hoffe du machst den boah da kommt der Raus Toll, alles wegen Axel Wunsch Axel, ich dachte du machst den durchgehen hier alleine du hast daneben geschossen Axel, ich hab's gesehen ich hab's gesehen Alter, wieso fällt der denn denn um? hast du doch dreimal gehittet ey, immer ging daneben also Schaden haben wir mitgemacht zumindest erstmal in dem Bootraum die Wände haben wir gut zerstört, ja sehr gut oh Axel hat an, Axel hat an ich kann leider gar nicht sagen wo ihr noch sitzt, weil was ist denn das überhaupt für ein Mod? gut ich weiß Vision eins drummer schade ich bin so gut mehr nicht ich habe das schon woanders nicht schlimm war gut ich bin trotzdem vor hat er bestimmt bei der Klinik ach so freilich kannst du ja nicht mehrmals Kursse und zu kurz was man alles gekriegt so richtig gut kommt ja wieder der Anschiss. Findest du gut? Wird mich ganz dezent nerven, wenn ich singe meinen... Trotzdem noch den Anschiss zu biegen, ne? Naja, das stimmt, das ist immer bezogen, eigentlich. Ja, plus ohne 6. Plus ohne 6, naja, das wirst du ja nicht haben, ne? Das wollte ich grad sagen, das weiß ich nicht genau. Also nur mit Anne vielleicht? Ja, bitte, okay. Doch mit deiner Mama, die ist immer zusammen. Axel? Die muss halt bewusst wissen. Ja? Kann man hier sinnvollerweise das im G-Aufstellen? Ich dachte, das ist auch bahntroglich. So, hier wird noch ne Wand. Versteckung, der Wand beendet! Warten deine Füße. Wir schmeißen noch 10. Wand, Wand, Wand? Lade-Magazin nach! Ja. Wand hab ich noch, ja, wohnt. Machen wir dort hin. Ist noch hier, ne? Wir haben noch ne West, äh, Quatsch. Oh, ne Rüstung hier irgendwo? Ja, hier bist du. Ja, hier bist du. Ja, hier bist du. Ja, hier bist du ja schon. Ja, hier bist du ja schon. Hier durchs Fenster. Oh, bin down. Oh. Komme. Danke. Ja, Vorsicht. Vorsicht. Ja, was fliegt denn hier noch alles rein, ey? Ja, was fliegt denn hier noch alles rein, ey? Die Granaten waren das. Danke dir. Da schießt ihr noch ins Fenster rein. Und jetzt kommen sie durch den Flur. Oh. Läuft er euch, wa? Was ist denn jetzt hier im Verkehr? Der hat mich blind durch die Wand erschossen. Durch die Tür. Der hat an. Oh, der ist ja noch. Da rum die Ecke. Ja, da. Ach, den hast du gemacht, Tom. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter verhindern. Oh, fuck. Ey, sind drinnen, ne? Hm. Ist der, unser... Na, es lebt keiner mehr von uns. Oh. Oh. Sauber. Da geht's. Oh. 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 Oh, ich hätte es haben können. Scheiße. Heute hätte ich schon einen Shotgun gebraucht. So, wir wollten einen Tauschen, Max. Ich werde noch eine Runde danach mitmachen und dann ist es das dann auch bei heute. Kannst du da wieder Christine ein bisschen trösten? Naja, alles haben wir schon gemacht. Hast du gesehen, wo ich rein bin? Oben rein. Kommt das hier drüben? Naja, bei Achsen. Ja, hier ist auf jeden Fall... Es sind Feine auf der Treppe gewesen. Dort wo wir waren. Einsatz in vier Wände. Noch fünf Sekunden. Hör mal die Kamera, ja? Sehr gut. 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 Auf, die gucken raus. Jawoll. Gut. Ich bin die Brunnen reinstecken hier. Vorsicht, hier ist ja rein. also eben auch noch erinnern logischerweise unten ist er im Keller, Vorsicht, Keller ist Bandit also wenn du die Treppe runter gehst, von wo du den erschossen hast so hat er eine Holztür wenn du reinkommst, der rechten, wenn du reinkommst, gleich auf der linken Seite ist so eine große Holzwand da kann ich das einfach mal sicher, da muss er ja kommen genau ja, ich guck mal ein bisschen auf die Treppe ich bin drin ok also der war vor uns nach unten da gewonnen, jawohl easy aha, da ist er aha kommt der klar reingerannt, wenn die Zeit abgelaufen ist tja zu spät, mein Freund boah, lass uns, ja, war der Plan jetzt nehme ich mal die Shotgun mit, ich wette, dann nutze mich auf die Wiese an Maximo, willst du wissen, ja? oder? ja, ne, der hat halt ne gute Waffe deswegen ich hab auch die Shotgun jetzt, lobbe oder? naja, jetzt nicht mehr wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sicher wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sicher pf Machen wir mal die totale Offensive hier, ha? Jeder. Ich mache heute nur noch... Seht ihr das Schild hier vor den MG-Stellen? Ich hab sogar ein Schild. Wir sind von unten durch, okay. Der ist unter uns. Ah, bin ich gerade? Mal gucken, was passiert. Da kommt der da. Der legt sich, der legt sich auf die... Guckt auf die Kamera, find's ja mal. Ah, du bist das Einzel. Gut. Guckt gerade, ist unser Mitspieler. Einer ist unter euch. Einer von uns ist auch unten. Letzter verbleibender Gegner. Drohne. Nexen. Wurde entdeckt. Die wurde irgendwo reingeschmissen. Guck mal hier. 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 Schmeiß ihn irgendwo. Auf jeden Fall, ich hab's tanken, bevor ich angekommen bin. Wirst du leischen? Ihr habt gesehen, wo wir sind, oder? Was? Ne, wo? Ne, dort. Wo du hinziehst. Okay, ach, dann. Er ist im Raum. Im Raum drin? Ja, im Raum. Wo wir uns geguckt haben. Achsel, nach der Drohne. Drohne wie dort in der Ecke zum Dach ist aufgespringt da ich bringe sie hier an eigener Trupp siegreicher Fakt, ich hab nichts gemacht aber gewonnen wollte ich immer fragen, äh die Waffe wir kriegen Frost die Waffe du hast noch, also ich hab jetzt Frost auch aber da hat er ja nur oder hat sie immer zwei Shotguns, glaube Frost hat die eine Shotgun, die Super 90 und diese Waffe wie auch immer die heißt ich hab die nicht, naja ich guck nochmal, wenn ich Zeit hab die also vielleicht hast du die nach drei Meisterbräunde mehr die Fresse Entschuldigung Daniel, wie lange dauert es bis ihr richtiges Inseinsatz habt? äh, angeblich am 23. Mai oh, das ist ja auch fast, bald wie langfristig jetzt in bis jetzt langfristig in den Dings? nö, jetzt drei Tage dann wieder ne Woche in Dresden dann sind wir ne Woche in den USA dann bin ich wieder ne Woche in Dresden dann ist der Mai schon wieder vorbei und dann sind es nur mal alle zwei Wochen 5 Sekunden bis zum Einsatz ach du Mann da hast du mal dann zugeguckt? mit dem Donnerstag? da kann ich noch erinnern, ne? die Fahrgutwehrhälter und diesen sicher aber das könnte ich jetzt machen, während ich warte dich dich geil ausziehen Chrome Browser hat es hier was? Axel, was hast du denn für den Scheiß installiert? ich hab hier nen Edge Browser willst du mich auf den Arm nehmen? Alter, ich hab das Ding irgendwann zurückgesetzt damit ich es verkaufen kann weißt du? ja, kann ich jetzt auch nisch dafür das wär ja wohl das Mindestige oh shit, kannst du rauskriechen? Clili? jaja, kann ich ne, hey, komm, mach mal nach Vorsicht ihn hab ich, ihn hab ich erwischt Max, 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 ich hab das Schild hinter dir heisse, da kam noch einer ja, wolltest du wegkriegen also ist noch einer rechts rum und dann also rechts und dann gleich wieder links Warte mal, ich guck mal bei euch hier warte mal, ich guck mal bei euch hier genau nur in dem Raum drinnen links jetzt ah ne, warte mal, hä, gab's gar keinen ich bin ja doof ne, wo ich dort gestorben bin? mhm hä, sind die Toten denn? hey, wo kam der hin? keine Ahnung ich will es nicht drum gerade ausliegt da hinten gerade ausliegt da hinten ja, ich hab's gesehen zu spät haut um haut um flitzen dann weg sehr gut man, ich will auch nochmal schießen ich hab mir immer geschossen nur gesehen wie selig ist sehr gut, sehr gut ja, ich hab's zu spät geschnallt, dass der da rumfliegt ah, 2-0 aufgeholt oh Comeback Sieg 3-2 herzlich gut, ich konnte schon ja, der Numark jetzt da ist dann seid der ne, der mit nur maximal 5 Leute ne, da kann man doch nichts machen ich wollte jetzt grad für Numark den Platz räumen aber ne, da wird kein Platz geräumt ne, da wird kein Platz geräumt